ja meine lieben herzlich willkommen in ark herzlich willkommen bei abonacho fängt ja gut an direkt erst mal ein stück fleisch kaputt könnt ihr aber auch mal eins essen ich habe steve schon gesattelt unsere kleine knutschkugel das ist schon mal sehr schön und ich habe christine schon gesattelt und jetzt weiß ich nicht ob ich mit euch zusammen ihr sitzt auf meiner position 6 den kursbau hergestellter maxi schiebst du mich hier durch die gegend lass das ja und ich habe mir gedacht heute fliegen wir mal durch die gegend und ich wollte mal da oben ich glaube das der vulkan da wollte ich nämlich dann mal hin will ich mal gucken ich muss so ist viel schöner ich muss allerdings mal gucken dass ich die tasten nicht verwechsel ich muss ja mit weh als die spielen weil er nicht alle tasten übernimmt und schwierig wenn ich auf e drücke dann steige ich ab und möchte ich nicht nicht wirklich schön wenn die dazu durch die gegend laufen finde ich gut vor allem hier oben sind wir in sicherheit wie fehlt allerdings ein dach auf jeden fall da wird zeit dass ich mal ein dach draus setze hat irgendwie was von einem gallischen dorf ne so asterix und so aber das auch wenn ich das hier so richtig sehe in einem der letzten patches wieder eine erinnerung gemacht wurde ich habe da nicht mehr so viel krams drinnen da war ja mein sandstrand quasi da oben komplett weg okay so wollen wir mal fliegen mal gucken was wir schönes finden da könnten wir tatsächlich mal an diese großen dinge ran mal gucken was da so schönes finden aber ich weiß nicht ob mein level dafür schon ausreicht mal gucken wie hoch war kommen atmosphäre werden wir wohl nicht verlassen können ach jetzt habe ich auch noch so ein miet verloren oh da unten ist mal wieder party angesagt du musst nur aufpassen da ist noch ein rex aber hier schon zwei ja ordentlich so werde ich allerdings wahrscheinlich nur zur übersicht mal machen weil ich finde das schön das in der ego perspektive zu haben da ist richtig was los alter schwede hier sind richtig viele ich habe eben was ganz süßes bei ähm amelie und cesaro gesehen wenn die aufeinandertreffen dann leuchten da nochmal zusätzlich so herzchen also nicht das was wir schon kennen was die da ausgetauscht haben sondern nochmal so zusätzliche herzchen auch so verliebte herzchen das fand ich ja total süß mal gucken ob wir das gleich nochmal sehen komme ich da denn so weit hoch mal gucken wo die adler sind so einen würde ich auch ganz gern mal haben so ein schön adler dann wäre ja nicht übel aber da hinten komme ich ja auf jeden fall heran sollte ich doch das erstmal machen wo müssen wir auf das Termin achten jetzt auch noch kalt hier was ist denn das? ach ein Stein ich dachte schon was ist das denn? ist ein Singleplayer äh das Ding ist im Wasser aber nicht so gut aber ich könnte daneben parken aber ich könnte daneben parken apropos parken wie parke ich eigentlich? wie lande ich, Christine? weiß das einer? wahrscheinlich aber ich halt nicht gehen wir erstmal ein bisschen tiefer gucken was hier unten so los ist da wird es jetzt nachgeladen kann jetzt äh zwischendurch ein bisschen heftiger ruckeln oh irgendwie ist ja gar nichts los ah doch, ein bisschen das steuern finde ich ein bisschen schwierig oh jetzt höre ich sogar ja doch, man muss noch relativ relativ tief runter was haben wir denn hier fischmäßig? haben wir jetzt nichts schlimmes, oder? mal gucken da sieht alles nach Quastenflosse aus also die Vorläufer halt da ist ein Strike da könnte ich mich eigentlich zustellen das sieht friedlich aus die Ecke gefällt mir schon mal so, wie lande ich? was, 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 was? hallo was machst du, Christine? hey Mädel wieso schmeißt du mich einfach ab? komm her hm? was ist denn mit dir los? mach mal, mach mal kurz so hallo wo willst du hin? na gut, dann bleib halt da stehen ähm oder ich hab versehentlich E gedrückt das würde mich jetzt mal nicht wundern woher muss ich da mal hin? ähm den krieg ich doch irgendwie nicht ah doch, wenn ich da drauf drücke ich muss aus dem Wasser aus deswegen mach ich das jetzt mal so schnell ich guck gleich mal, was ich da habe ach, ich guck gar nicht ans Inventar ran Moment ähm mach mal dich mal auf Ruhigen besser ist das so hallo jetzt muss ich mal kurz ins so ein bisschen höher reicht okay, weil oh doch, ich komm ran schön ne Kiste okay für Wasser besorgen und ähm ah ja Pflanzkübel wo ich glaube das kann ich dir schon mal geben okay ja, dachte ich dann machen wir das mal da hin weil ich glaube, das ist bei dir ganz gut der ist auch niedlich da muss ich mir auch mal der ein oder anderen vor mir sorgen aber jetzt können wir hier echt mal richtig schön Rundflüge machen finde ich gut und können mal gucken ich würde jetzt echt gerne mal wissen, was da hinten ist gucken wir doch mal müssten wir ja eigentlich hochkommen, oder? kommen wir ja eigentlich auch zu Fuß hoch ja, links da ist ein Weg das ist schon mal gut ich muss halt nur von wegen Tiere ein bisschen aufpassen dass da halt nicht die falschen Tiere sind also die, die mir wehtun also ist das der Vulkan, oder? sehen wir, wenn wir oben sind noch ein bisschen flattern oh, oh was ist das? oh, ihr habt eine Rutschbahn ah, guck der geht gleich wieder hoch der will nochmal rutschen auch nicht schlecht guck mal, ich kann einfach hochfliegen das ist viel entspannter ähm, warum geht denn bei ihr die Stamina nicht wieder hoch? nicht, dass ich hier gleich einen von Kopf kriege, oder so okay hey, Stamina von ihr füllt sich nicht auf warum nicht? das ist, äh, nicht so schön geht die weiter runter? wo bin ich denn jetzt? na, die geht weiter runter, warum? verstehe ich nicht oh ja aber deutlich ah, alter Schwede war das ein Geruckel warum geht denn von ihr die Stamina weiter runter? ich geh doch mit ihr nur ich lauf doch mit ihr gar nicht also, fliege nicht schnell da sind Adlers zwei Stück ich hab aber kein Zeugs dabei wobei, zwei wäre auch einer zu viel warum einzelnen da muss ich natürlich auch drauf aufpassen da hinten ist Schneegebiet ich will hier hoch füll deine Stamina auf, Christine weil ich bleib mal besser ne, die Stamina geht immer weiter runter ach du heilige das ist, äh, da oh, Mammuts zwei Stück auch schön wieso geht die Stamina nicht hoch? wieso geht die runter? das wird mir zu gefährlich das ist ganz schlecht ich geh mal besser runter ich hab nämlich ein ganz dummes Gefühl ein ganz dummes Gefühl ich glaub, das hängt mit der Kälte zusammen oh 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 der ist groß habt ihr gesehen, auf der rechten Seite? er ist ja riesig wo kann ich mich denn da ist ein Mammut da könnte ich mir in Sicherheit bringen Mammut ist, ist nett kann das sein, dass ich die landen muss? damit sich die Stamina aufhüllt? Noah wo bagge ich, äh, wo falle ich denn hier nicht runter? wow, 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 wow wo falle ich denn hier nicht runter? das ist gerade ganz schwer zu sehen ähm oh da baggen ich geh mal da hin ah, ah, ah nein, nein was machst du? ich muss doch erstmal was sehen die Stamina geht immer weiter runter warum? hier können wir hier können wir mal gucken so jetzt mal gucken, ob sich deine Stamina wieder auffüllt sag ich mal ja ah, ich muss abgestiegen also doch okay ich muss abgestiegen sein und dann fühlt sie sich wieder auf also gut zu wissen und Schneegebiet ist natürlich jetzt dann äh, nicht so gut da dürfte mir ja richtig kalt werden ach du Schande wenn ich hier jetzt jedes Mal absteigen muss komme ich dann überhaupt was leuchtet denn da? komm ich dann überhaupt da oben hoch? muss ich mir halt immer eine Ecke suchen wo ich mal kurz absetzen kann es dürfte aber schwierig werden aber ich will da oben hoch ich weiß nicht warum das ist ein Ego-Trip ich mach mal langsam oh, ich seh nix wenn ich hier absteige rutsche ich doch bestimmt den ganzen Berg runter da geh ich da jede Wette mit ein mal gucken was das für ein Vulkan ist müsste ja der Vulkan sein eigentlich aber ich bin fast oben und mir ist nicht mal kalt cool oh ähm da ist doch Metall das sieht schwer dann aus wie geil ist das denn? ist da auch Betrieb oder ist da noch Metall? und mir ist nicht mal kalt bin ich ja cool was denn das schwarze ist das cooler? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht nicht das hier irgendwie so komische hm das mit der Steuerung ist schwierig gerade oh oh ich geh mal besser was höher was ist das? Kristalle? also ich hatte jetzt eher mit einem grünen Plateau gerechnet ok Metalle ergibt auch Sinn das schwarze könnte Kohle sein ok und das da sieht von hier aus sieht das aus wie Kristalle und das sieht nicht mal so aus als wäre hier irgendwie Betrieb so böser Kram halt komm wir landen mal dann kannst du auch oh das ist ganz schwierig kann ich das abbauen? und wenn ja was denn? ich hab hast du irgendwie wo willst du hin? bleib in meiner Nähe jetzt mal gucken was ich hier mit abbaue irgendwie gar nichts und hier? Crystal ich komm also nicht nur unter Wasser sondern auch hier aus von hier aus daran immer ein bisschen mit irgendwas konnte man damit ja machen ok und jetzt gucken wir ob das hier Kohle ist Obsidian? was ist ein Obsidian? müssen wir mal gucken was wir damit machen können aufpassen dass die nicht zu schwer werden sonst beschwert sie sich hier dann zurecht wo bist du Schnäuzchen? komm her lass uns mal direkt wieder komm her christin hallo ähm aufsetzen möchte ich doch nur verdammt so ok also so weit so gut jetzt weiß ich schon mal Vulkan lohnt sich weil das gelbe hier das müsste Metall sein und davon scheint hier echt oh ja ich bin zu schwer das heißt die wird ziemlich schnell Stamina verlieren glaube ich verdammt in welche Richtung muss ich denn? ähm ja nach Osten halt links rechts kannst du ja jetzt knicken so machen wir einmal so und ich glaube die brauche ich nicht aber den brauche ich so Osten wäre in die Richtung wenn ich so ne müsste müsste hinkommen ich mal Schnäuzchen aber guck mal das ist deine Stamina da habe ich nämlich ein ganz dummes Gefühl ich bin eindeutig zu schwer was könnte ich denn mal hier lassen ja sie ist halt dadurch jetzt total überladen warte mal ich muss irgendwie mal gucken was ich droppen kann bei ihr nichts ja halt ein bisschen Fleisch aber das wird nicht so viel nutzen Stone weg ähm droppen so geht jetzt besser ein bisschen aber auch nicht so wirklich was hätte ich denn noch haben die hier weg das hier weg die anderen Sachen würde ich ganz gern mitnehmen das muss leider reichen Christine wir gucken mal dass wir jetzt nach Hause kommen wo ist denn nach Hause da irgendwo da ganz hinten so gehe ich gleich mal eine Etage tiefer glaube ich damit ich auch was sehe oh oh ich glaube ich bleibe mal hier ziemlich tief nicht dass die mir nachher noch abstürzt wenn ich keine Stamina hatte das wäre natürlich ganz böse weil dann stürze ich mich ab und dann bin ich tot man konnte auch so was wie ein wie ein äh warum wird mir jetzt hier kalt man konnte doch auch so was wie ein Fallschirm oder was kröften glaube ich ne und da unten ist böse Betrieb ich muss mal ja zwischendurch mal wieder aufladen warte mal wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe zum aufladen da vorne müsste gehen so mal kurz dann quasi absteigen aber die Adler die sind mit zum nach und da ist auch nicht gut ich muss hier irgendwo hin wenn rutsche ich denn hier weg ich muss versuchen halt einmal auf die Bremse treten und ähm absteigen christin hallo wo bist du ach so hat das schon hat schon super mhm ähm wir gucken jetzt mal in die Richtung dass wir da rüber kommen und dann glaube ich brauche ich nur dem Fluss jetzt folgen nur da muss ich erstmal hinkommen bevor die Stamina weg ist sonst muss ich doch was wegschmeißen mal gucken geht das ich hoffe da hinten ist jetzt kein Betrieb oh da geht die Stamina schnell weg oh ja ist gar nicht gut 8 Uhr heilige Schande und da sind mindestens ein Adler oh das sieht nicht gut aus ab nach unten sicher oh oh äh hier 8 Uhr Schande 2 Adler und da ist auch nicht schön aber hier geht oh hier geht so einmal dort drauf einmal Stamina aufladen ich hoffe das geht so so bin ich ja unten ne ja und bist du fertig fast sehr gut aufsitzen ich könnte mir vorstellen dass es echt zu Schwierigkeiten führt meine Lieben wenn es euch gefallen hat lasst mir doch einen Daumen hoch der Tatsache von Social Media ihr kennt das Spielchen und ähm ach du heilige dann hören wir uns in der nächsten Folge also bis dahin bye bye bis dahin bis dahin Vielen Dank.